Moin, sehen ihr Füchse und Füchsenen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu The Legend of Zella Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir den... Oh, was haben wir denn hier? Ist das etwa ein Krok? Nein, doch nicht. Im letzten Part haben wir den Stall hier am Fluss entdeckt. Hier gibt es einen Koch, der ganz ungeduldig auf seine Gäste wartet. Und ja, da vorne sehen wir auch schon den nächsten Kartografieturm. Und ich würde sagen, wir verbinden einfach zwei Dinge gleich mit einer Klappe und so. Ihr wisst schon. Oh nein, er will zu seinem Freund. Aber wie viele von euch liegen denn hier rum in dieser Welt? Ich kann nicht mehr spucken. Hier ist der nächste Dödel. Wo willst du denn hin? Hallo? Oh je, was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde? Ja, ich habe da so eine Vorahnung, ne? Hier ist ganz da hinten. Da muss ich ja eh hin. Sieht so aus, als würde er mir ein Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mich beeilen, um zu ihm zu stoßen. Komm, wir fahren Boot. Aber ich bin so erschöpft. Ich kann mich kaum bewegen. Ja, warte mal, Bruder. Ich mache mal jetzt erstmal bei dir hier. Pass auf. Wir machen jetzt hier so eine Markerkiste hin. Dort, Blättchen. Ich komme wieder. Ich folge jetzt erstmal der Brücke und suche mal eben die Gäste, die fehlen. Und dann kümmern wir uns später um ihn. Hier ist die Oto-Brücke. Hier hätten nämlich eigentlich die schmausenden Gäste drüber kommen sollen. Da ist auch der Zwillingsberg. Aha. Langsam kommen wir in heimische Gefilde. Hier kennt man sich gut aus. Wir gehen jetzt erstmal hier zu diesem Kartografieturm. Und nebenbei schauen wir mal nach Zelten. Ach, hier ist er auch wieder. Moin. Hallo. Ich stütze dich. So, was haben wir denn hier so? Määh. Hier gibt es ein paar Hyrule-Tomaten. Tiere sind hier auch ohne Ende. Und da ist ein dicker Stein. Und ich denke, mit dem Stein wird es schon werden. Alter, ich kann das Trümmerstück fusen? Holy shit. Wir nehmen mal dieses Trümmerstück. Und ich denke, damit kann ich sein Schild schon irgendwie abstürzen. Das wird schon gehen. Dann mal eben durch. Das hat, glaube ich, auch die optimale Form. Das wird nämlich nach vorne kippen. Dann drehen wir das einfach so. Und dann machen wir... So. Das wird hängen. Oder es kippt in die andere Richtung. Mal, wir sehen es gleich. Lass mal los. Aber du bist... Ah, du bist... Danke für deine Hilfe. Kürzt dich. Ich habe alle Hände voll damit zu tun. Direktor Dummster. Also ich meine natürlich, sein Schild hier anzubringen. Oh je, aber wer stellt jetzt all die anderen Schilder auf? Was soll ich dir jetzt nur machen? Lass doch einfach mal los, Bruder. Was? Du bist auch mal stützend... Na gut, Achtung. Ich lasse es jetzt los. Oh, da klötert es weg. Ja, schade. Was? Dafür gibt es keine Entschuldigung. Bleib mal entspannt. Das wird schon. Wir fällen jetzt eben noch ein... Alles in Ordnung. Ich werde sie weiter stützen. Mach mal eben. Pass auf. Jetzt nehmen wir nochmal wieder meinen Stein. Jetzt von der anderen Seite kommen hier. So, pass auf. Einmal hier von hinten rein. So ist das gut. Und jetzt fälle ich eben mal noch einen Baum. Und den klöter ich dir davor. Pass auf. So. Und du fällt da gar nichts mehr. Lass mal jetzt eben nochmal los. Lass einfach mal los. Verschraube mir. Lass einfach los. Ja, einfach loslassen. Ich stütze. Na, guck mal, steht. Was? Das war doch gut. Erzähl mir noch nichts. Was lullt ihr da rum? Ich fand das gut. Okay, weil wir müssen es geiler machen. Wir machen das anders. Wir nehmen den Stein nochmal wieder hier. So. Machen wir so. So. Und jetzt fälle ich noch einen Baum. Und diesen flötern wir einfach auf der anderen Seite fest. Jetzt kann aber auch nichts mehr passieren. Das sieht sehr stabil aus. Jetzt lass mal einfach mal los. Lass los. Ja. Guck mal, nichts bewegt sich da mehr. Kerzen gerade. Jetzt sag ich doch. Ob das gut geht? Fällt es auch wirklich nicht um? Kerzen gerade. Großartige. Es steht von alleine. Ganz ohne ihn zu stützen. Machen wir eben festmachen, das Ding. Das ist ja genial. Wieso ist denn mir das noch nicht eingefallen? Na klar. Wieso nutzen wir nicht gleich die Gelegenheit, um das Schild zu sichern? Machen wir eben fest, das Ding. Ich zume mal da mal, dann hau ich hier noch einen Nagel rein. Au. Und fertig steht das Ding. Fertig. Alles fertig. Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild fest im Boden verankern. Jetzt muss ich es nicht mehr die ganze Zeit stützen. Ein kleines Wunder. Hier als Dankeschön. Roter Rubin. Nur? Außerdem musst du nach all der Arbeit doch ganz hungrig sein. Hier, gib mir ein leckeres Gericht. Schleichpilzreißbällchen. Ach ja, eigentlich bin ich dir noch zu größerem Dank verpflichtet, deswegen hab ich hier noch was für dich. Das hier stammt aus meiner ganz persönlichen Sammlung, aber du hast es dir verdient. Donnerblümchen. Dankeschön. Jetzt kann ich endlich auch andernorts wieder Schilder aufstellen. Gut, dann bin ich mal weg, ne? Hau rein. Bis denn. So, Leute. Der ist jetzt auch verarztet. Dann gehen wir mal. Das können wir hier lassen, dieses schöne Konstrukt. Das steht da gut. Dann gehen wir jetzt mal hier durch. Folgen mal dem Weg. Und schauen, ob wir hier irgendwo Zelte oder sowas finden. Ja, da vorne. Ich sehe Zelte. Ich sehe Zelte. Und da hinten schon wieder den nächsten Tempel. Es ist verrückt. Jetzt gehen wir aber erstmal zu den Zelten und gucken, ob wir da die, wie heißt es, die Gäste ausfindig machen können. Was haben wir hier? Das ist ein Frosch. Eine Klammerkröte. Eine Kröte, die sich an Wänden festklammert und dort verharrt. Die Sekrete ihrer Haut ermöglichen es selbst nasse Oberflächen zu erklimmen. Das hat man sich wirklich so, nein, so lange gewünscht. Das Spannen meines Bogens hat ihn aufgescheucht. Also noch ein paar Tomaten einsammeln. Schöne Hyrule Tomaten. So, oh, mein Magen. Was ist hier denn los bei euch? Notiz auf dem Tisch. Wild-Reis-Rezept nach Prinzessin Zelda. Zutaten. Wild. Hyrule-Reis. Steinsalz. Effekt. Gibt jede Menge Energie. Vorsicht. Kein anderes Fleisch als Wild verwenden. Okay. Und was habt ihr gemacht? Ihr seht alle so im Arsch aus. Boah, Hilfe. Brauche Essen. Prinzessin Zelda ist Gericht. Oh, wer war das? Wer hat da Monster-Fleisch reingetan? Oh, sollte das nicht Wildfleisch sein? Erste Regel für Feinschmecker-Folge. Immer dem Rezept. Ja, wobei, das stimmt eigentlich nicht. Ich weiche auch oft mal ab. Aber man muss es halt sinnvoll machen. Also, wir brauchen Wild, Hyrule-Reis und Steinsalz. Habe ich Hyrule-Reis? Ich habe kein Hyrule-Reis. Wild habe ich. Steinsalz habe ich auch. Aber Hyrule-Reis habe ich nicht mehr. Gibt es das hier irgendwo in der Nähe? Ich gehe mal eben Hyrule-Reis suchen. Das muss ich eigentlich nur so beim Wasser oder so geben, ne? Ich finde die nur Tomaten. Also, normalerweise würde ich davon ausgehen, ne? Wenn ihr hier dieses Rezept verlangt, dann findet man noch alles, was man benötigt, irgendwie in der Nähe. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass hier irgendwo Hyrule-Reis rumhängt. Ich wackele mal eben hier noch rum. Ansonsten kenne ich aber einen Ort. Oh. Unglaublich. Ich laufe straight in das fucking nächste Ding hinein. Ich kann hier keine drei Meter gehen in diesem Game, ohne dass mich irgendwas ablenkt. Das ist verrückt. Ich suche mal eben hier den nächsten Story-Punkt, wenn wir schon mal da sind. Und danach weiter Hyrule-Reis. Ansonsten weiß ich aber einen Ort, wo wir den kaufen können. Dass ihr es irgendwo leuchten seht, ne? Das ist kein Hyrule-Reis. Mal sehen. Wir folgen mal einfach weiter dieser... Irgendwo wird ja hier dieser Punkt sein, wo es leuchtet. Einfach mal das ganze Gebiet ablatschen. Irgendwo wird das schon sein. Da sind noch ein paar Gegner. Die können wir schon wegignorieren. Wo mag der leuchtende Punkt sein? Das ist ein sehr großes Bild. Ich weiß noch nicht, was es darstellt, aber... Es ist auf jeden Fall groß. Sehr, sehr groß. Wasserfrucht. Diese Frucht enthält unter hohem Druck stehendes Wasser. Als Kochtat erhöht sie dank ihrer natürlichen Schmiermittel deine Schwimmgeschwindigkeit. Ich schmiere quasi meinen Körper, damit ich dann schneller schwimme. Hallo. Prügel, Prügel, Prügel. Ah, Mist. Wie ist das denn passiert? Du hast mich einfach... Mit seiner Brust so angeduldet. Das machst du nicht nochmal, Bruder. Das lassen wir mal schön sein. Ja. Ich habe immer noch nicht den leuchtenden Spot gefunden. Ich will nicht sagen. Aber ich gehe mal weiter. Und Hyrule Reis auch noch nicht. Aber wie gesagt, da kenne ich einen gewissen Ort, wo wunderschöne, süße, niedliche, die bestesten, cutesten Vögelchen von der ganzen Welt wohnen. Und da gibt es eine ganz kleine, niedliche, die führt einen Laden. Und die hat auch Hyrule Reis für mich. Wenn ich das nötige, pekuniere, Material dabei habe natürlich. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Wo ist denn hier das leuchtende Ding? Was ist das für ein riesiges Symbol? Moin. Das ist ein Kilometer groß. Also ich könnte es mir hier in der Mitte vorstellen, dass wir diesem Spiralisierungsding, das würde irgendwie Sinn ergeben. Ist es aber nicht. Und dann wahrscheinlich einfach, wenn wir weiter nach oben folgen. Irgendwo oben. Ansonsten werden wir es jetzt gleich nicht finden. Müssen wir aus der Luft nochmal angreifen. Vom Turm aus. Aber theoretisch lauft ja gerade das ganze Ding ab. Also irgendwo muss es ja sein. Das kann sich nicht ewig vor mir verstecken. Ja, in der Mitte bestimmt. Hier ist es. Yeah, ich sag doch, das wird. Man muss einfach nur wollen. Schwing. Schwing. Oh, um, 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 um. Heiru soll mir allein gehören. Heiru soll mir allein gehören. Oh-oh. Eine Moldova-Herde nähert sich. Es sind so viele. Unzählig viele. Er ist halt einfach Hänsel, Mann. Oh Scheiß. Dora sind Einzelgänger. Was geschieht hier? Oh-oh. 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 Oh, und ich rede nicht mehr mit ihr, denn der Hahn kräht. Und ihr wisst, was das bedeutet. Wenn der Hahn kräht, heißt das, wir müssen einen Break machen. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich will man gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Paar wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis zum nächsten Mal.